Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es um einen Quick-Tipp gehen und zwar mache ich ab und an mal so Quick-Tipp-Videos, wenn ich was total interessantes habe oder was was ich empfehlen möchte. Und dieses mal geht es um Masken. Und zwar habe ich die bei Amazon gekauft, da gab es, ich glaube, ein 6er Pack für 12 Euro, 13 Euro und die Masken sind aber toll. Ja, vielleicht wenn ihr mir schon länger verfolgt, wenn ihr meine Videos schon länger schaut, habt ihr die auch schon in meinen Videos mal gesehen. Und zwar geht es um diese Tuchmasken. Das ist von der Marke Apieu und das sind eben solche Masken, die sehen so ein bisschen aus wie so Tetra Pax Milch und da gibt es eben verschiedene Sorten. Und da gibt es ganz, ganz viele Sorten, wie gesagt. Da habe ich jetzt hier einmal diese Sorten hier. Ich meine, es gibt noch eine mehr. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, welche Sorte das da ist. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall habe ich eben jetzt die Sorten gekauft. Es gibt einmal, ah doch, ich weiß es, Kokosnuss. Kokosnuss gibt es noch. Coconut Milk One Pack heißt die dann. Aber ich habe jetzt eben einmal in diesem Set White Milk One Pack. Dann, was ich liebe, die Schokovariante. Die riecht so toll nach Schokomilch. Dann Green Tea. Die war sehr beruhigend, wie ich finde. Also, wie gesagt, ich hatte die schon öfters. Dann Bananenmilch war auch genial. Dann einmal Erdbeermilch. War auch schön. Und was ich auch sehr gut fand, war die Kaffee-Variante. Die war auch richtig, richtig schön. Und was an diesen Masken halt so besonders ist, würde ich sagen, ist, dass die zu einem, ich meine, koreanisch sind. Ja, sind koreanisch. Und zum anderen haben die, die haben zu einem super schönes Tuch. Ich finde, die koreanischen Masken haben immer ein super Tuch. Also, das ist richtig schön dünn und angenehm. Es schmiegt sich gut an. Es steht nicht irgendwie doof ab. Und zum anderen sind die alle, wie der Name schon sagt, Milk, in einem milchigen Serum getränkt. Das heißt, sie sind wirklich schön pflegend. Ich mag so milchigen Seren sehr, sehr gerne. Ich finde, das ist super, super angenehm. Und ja, ich finde das richtig, richtig schön, wie gesagt. Und habe ich bei Amazon gekauft. Ich verlinke euch das auch mal in der Infobox, falls ihr das schauen wollt. Ich finde den Preis wirklich gut. Ich glaube, ich habe als bei BB Cream 24 habe ich die auch bestellt. Da sind sie aber ständig ausverkauft. Ich glaube, da zahlt man pro Teil irgendwie 2,50. Also von dem her geht das eigentlich schon mit den 13 Euro für die sechs Masken. Oh ja, die werden jetzt in meine Sammlung kommen und die werde ich jetzt nach und nach verwenden. Ich freue mich da auf jeden Fall sehr drauf. Die sind wirklich, wirklich gut. Und ja, mag ich sehr, sehr gerne. Kann ich weiter befehlen. Also falls ihr gute Masken sucht, nicht so viel Geld dafür ausgeben wollt, weil die sind wirklich super. Also die sind wirklich, wirklich gut. Wie gesagt, aus Korea. Dann schaut euch die auf jeden Fall mal an. Die sind, wie gesagt, klasse. So, dann hoffe ich, dass euch dieses kurze und knappe Video gefallen hat. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis bald. Ciao. Ciao.